Ich heiße Amaris Züfle und ich war als Lehrerin an der CDSC und ich wünsche allen, die jetzt noch dort sind, Gottes reichen Segen. Hallo, wir sind die Familie Blum und wir waren sechs Jahre an der CDSC. Die CDSC ist für uns ein Ort, wo wir uns wohlfühlen und wo unsere Freunde sind. Wir wünschen euch noch eine schöne Feier. Mein Name ist Simon Barufer, ich war Kindergartenkind, Schüler und Volontär an der CDSC. Ich wünsche der CDSC alles Gute zum Geburtstag zum 25-Jährigen. Ich hoffe, dass sie noch viele Jahre existiert und auch weiterhin diese familiäre Atmosphäre aufrechterhalten kann. Ich heiße Helga und war Lehrerin und Schulkrankenschwester an der CDSC. Ich wünsche euch noch viele weitere unvergessliche Schuljahre. Ich heiße Matthias Wolf und ich war Schulleiter in Thailand von 2005 bis 2006. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, gute Erinnerungen, Rückblick, Aufblick und alles, was ihr braucht für die nächsten 25 Jahre. Ich bin Julia Winterstein, ich war Grundschullehrerin an der CDSC und ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Gute und dass es weiter so viele tolle Menschen gibt, die das Lernen und Leben an dieser Schule so besonders machen. Ich bin Jörg Häger und war stellvertretender Schulleiter von 2013 bis 2015. Ich bin Christina Häger und war die Musiklehrerin. Wir wünschen euch für die nächsten 25 Jahre Gemeinschaft, Bildung, Musik und Gottes reichen Siegen. Mein Name ist Claudia Kropinski. Ich habe an der CDSC zwei Jahre lang die Fächer Biologie und Chemie unterrichtet. Bin jetzt schon seit ein paar Monaten wieder zurück in Österreich und wünsche auf jeden Fall der gesamten Schulgemeinschaft. Gottes reichen Segen. Alles Gute für die nächsten Jahre und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Das würde mich freuen. Alles Gute, CDSC. Mein Name ist Romy Gerhard. Ich habe acht Jahre als Vorschulleitung an der CDSC gearbeitet. Ich wünsche euch heute zum 25. Jubiläum alles, alles Gute, eine wunderschöne Feier. Bis bald und liebe Grüße aus Karlsruhe. Ich heiße Johannes Weider und war der Gründer und Vorsitzende des CDSC Schulvereins und ich wünsche der CDSC, dass sie noch viele junge Menschen auf das Leben vorbereitet und dass Jesus Christus dabei eine zentrale Rolle spielt. Alles Gute, Gottes Segen. Tschüss, Johannes Weider.